Herr Joffen, ein milder Start in die Energiewoche. Wie gestaltet sich das Wochenende? Das Wochenende wird richtig schön. Es ziehen zwar zeitweise aber Wolken über Vorarlberg, aber im Großen und Ganzen wird es überwiegend sonnig und es wird recht freundlich. Die Temperaturen werden eventuell am Sonntag um eine Spur kühler, ansonsten relativ milde Temperaturen für den Februar. Und wie sieht es nächste Woche während der Energiewoche aus? Die kommende Woche, besonders die ersten zwei Tage, sind wir da recht freundlich. Also die Woche beginnt sonnig und in der zweiten Wochenhälfte ist die Prognose noch unsicher. Eventuell der Donnerstag, dass etwas Niederschlag geben kann, wenn es einen Niederschlag gibt, eventuell auch Schneefall bis ins Rheintal. Ist ohne weiteres möglich. Somit besteht noch Hoffnung für die Wintersportler? Ja, aber die Mengen werden sehr unergiebig sein. Es wird keine besonderen Schneehöhen abgeben. Vielen Dank. Vielen Dank.